Schau mal, vielleicht lässt sie noch was verdienen hier, wie gesagt, 1700 haben wir schon, wenn man so sehen, 2000 schon mal mehr, die ganzen Runden, Jagd-Rasil-Blatt, Harten-Käse, okay, der weiß natürlich nicht, was der macht, steck, keine Ahnung, kann man bestimmt irgendwas mit machen, Eis-Zapfen-Dolch, ja, da konnte man, glaube ich, auch was mit machen, soweit ich mich erinnere, frischen Käse, den habe ich, glaube ich, auch, lebensam, wichtig, schick Schallensalz, okay, Geh mal kurz zu unserer Ausbeute, gerne frisst, hartes und kostbares Material, jetzt, okay, Goldklumpen, AGB-Zringen, Templerf, Was hat der denn zur Zeit? Ausgerüstet, gar nichts, ne? Können das hier, Das will ich ausrüsten, habe ich das denn nicht ausgerüstet? Tät Abwehr, Tät, alles auf Abwehr, okay, Himmlischer Käse, Gucken, Äh, Transform, Ah, hier brauche ich nicht, ich glaube, was habe ich denn hier oben? Hier habe ich Angriff, jetzt kann sein, ist vielleicht der hier, Tatsphäre, ne, der macht nicht viel, ja, macht jetzt ein 10-mal Angriff, aber das kann nicht alles ausgleichen, lebensam, benutzen, den mache ich richtig tanky, den Typen, so, das Knochenscheld, ausdauersam, kriegt er die unten hier, so, noch gut, Goldmünzen, die können wir eigentlich noch loswerden, Käse, 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 Piratenmütze, Abwehr, Tatsphäre, wenn der keine Abwehr mehr nehmen kann, ist das blöd, Talentsam, äh, ne, den würde ich auch benutzen, gerne, bei wem denn? Ich würde ihn bei Flash benutzen, wohl, doch, machen wir das mal, okay, aktuell zur nächste Stufe, wird zum Kriegerherz und lernt, äh, Kamikaze, auf jeden Fall mal schauen, was Kamikaze macht, so, haben wir denn hier eine, Hunde-Statue, okay, Hunde-Statue, 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 ach, da ist, ah, hier ist so ein Hebel, okay, ja, zweimal krallen, das kriegen wir eigentlich, sauber, können wir jetzt Opfer sein Leben, um alle Feinde zu, zerstören, okay, sehr interessant vielleicht, voll hier, setz, 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 aus den rein, und hier machen wir vielleicht, das hier, oh, eigentlich schon ganz gut leben, hab ich nie abgezogen, ja, das ist wirklich gut an Tacken, wirklich hohe, ich glaube, Cengiz fehlt irgendwie noch sowas mit, übergreifend, ist flächenangreifend, ja, erledigt, fein, so, hier haben wir eine kleinere Abkürzung, glaube ich, ja, kommen wir schneller hier hoch und runter, geht's weiter, da geht's wieder in so'n Haus rein, ich würde ja schon ganz gerne mal, Kamikaze ausprobieren, sollen wir das mal machen, nochmal so, und dann machen wir einfach mal Angriff, mal gucken, was der da macht, ein bisschen krank, war ich auch jetzt ganz geil, oh mein Gott, nicht betroffen, das ist natürlich hart, dass das sogar fehlen kann, okay, Gengiz, ja, kümmere dich mal, da drum, und Angelus, du musst sogar einen Zauber haben, was ist denn, Wiedergeburt, er ist in dem Leben zurück, das ist ein harter Gegner, machen wir das noch, zack, gehen wir auch zurück ins Leben, ich brauche neue Schilder, ja, wie gesagt, neue Rüstung, alles, austauber, sonst geht das nicht, sonst kommen wir nicht auf das ganze Geld hinaus, aber schon doch, viel, viel, was noch kommt, aber schnell einen Angriff, nein, tschüss, 6700, 700, was ist das denn für den Inselteil jetzt, wurde das irgendwie zusammengeschmolzen aus allen Dingern, ich weiß es nicht, schmorgeln, können wir die Hadesense nehmen, wir können, schmorgeln, wir können, nein, machen wir Multiheilung, aber wenn die es alle gehalten würden, doch ein bisschen mehr weiter, Kampf zu gehen, zur Not, reise ich dann halt zurück, wenn es dann nötig sein muss, Teleportation sollten wir hier weggehen, zur Not, der ist eigentlich schon, da fährt der ziemlich hoch, das ist ja ganz geil, er ist halt fling, 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 die Magierin und er halt, starke, gezielte Angriffe, sind wir da oben, öffnen wir die Tür, hallo, es soll wieder looten, eine Dunkelrobe, können wir doch mal gleich gucken, okay, nicht ausrüstbar, ausrüstbar, okay, die aber wiederum, äh, senkt, okay, aber lässt halt, das ausweichen, ich würde glatt damit tauschen, die macht sogar sieben, ja, die macht weniger, kann ich eigentlich transformieren, und die hinten wegpacken, die macht noch weniger, jetzt das Schild weggepackt, das muss ich doch wieder benutzen, so, ja, jetzt können wir gucken hier, sonst wäre, wenn er ihn anziehen kann, keiner von denen, das heißt, er kann eigentlich schon fast wieder verkauft werden, aber noch ein Bierregal und ein Fass, nochmal von der, Sache kriegen, okay, das ist halt mit einer heiligen Sache, ja, der beste Schild, Schild des Ruins, plus heiligen Asche, plus heiligen Asche, ist das glaube ich gewesen, die Mitte, oh, Erz-Dämonen, drei Stück auf einmal, das ist natürlich heavy, dann nimm mal die drei Muskelmonster, die sollten doch was reißen damit, guck mal, da haben sie sogar vier Erz-Dämonen, ich muss ja genau achten, welche Erz-Dämonen wer hin ergreift hier, ah, die werden nicht so viel haben, werden die 200, 300 locker haben, ah, die 300, auf jeden Fall, ist das kaputt, na komm, und tot, nice, was haben sie gebracht, oh, nächstes Level, was gibt es bei ihm denn noch, die Weisheit gibt bei ihm, doch sehr hoch, acht Punkte, ja, wird erst mal hier, erst mal das machen,